hallo und herzlich willkommen zurück hier zum let's play von wildstar together ich fall aus dem hohahn ich bin jetzt erst beim hohahn angekommen jetzt las ich mal rein und schlagen wird geblasen stellungskampf beginnen das beginnt ja komm komm her du sau kommt die sparten sei grüß mächtiger fall kriegen das domini hat diesen planet für sich beansprucht aber mit 12 bekommt ein eigenes haus und eigenes reit hier ja die ihre machte schreckt sich durch den ganzen raum blablabla die möglichkeit zu dienen blablabla dann werden wir uns niemals dienen blablabla toten eindringlingen blablabla das ganz normale gespräch halt so was man so am nachmittag mal treibt das ist auch so da ja ja so jeden tag so gegen mittag kommt da jemand der will dich einfach nicht ins revier lassen dafür sind halt um schlitz 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 kaputt hat es auch so gemacht am ende so gehen wir wieder dahin und da kommen noch drei tüttel verbleibende zeit 1 40 warum achte welle komm mal du tüttel achtschüss ok jetzt kommt der obama karte obama kappt der war der meinung dass die falken sich nicht beugen werden oder nicht handeln werden und ja jetzt sind sie kaputt jedenfalls ein teil davon ist das denn da unten sieht aus wie ein baum aber wir sind da lang wo sind wir hier afrika das ist alaska versammt nicht schon wieder ich meine guti wir haben uns gerade eben ausgedacht um ihn zu bringen oh nein das ist ein loch wo ich nicht mehr rauskomme ach das ist ein anderer charakter jetzt dachte ich ich bin ein wolkenäuel holt mich hier raus rechts ein rechtsfeld einparken wo willst du hin also ich bin zur mission zurück ich lauf da auch hin ne laufst du nicht lüchter du willst schon sehen ich nehme bloß ein umweg ich kenn mich in der gegend hier aus halt die fresse tust du nicht hör auf zu lügen du spaten zeig keine gnade ja unsere freite welt in ihrem eigenen blut ertrinken was nehmen wir eine badewanne feinzeitliche verhandlungen ja ja warrik war ein dummkopf gute verbindung blablabla führungen übertragen wurden blablabla nun erlede ich die dinge auf art der draken da finde ich super auf in den kampf nein mittelschwer rüstung nehme ich doch rett die abgesandten blablabla worris und die abgesandten autoren blablabla wahrscheinlich blauenhorst verschleppt blablabla aufgabe blablabla schicksale herausfinden ich werde sie finden diesen auftrag und mein respekt ist die tomate die da hinten in der ecke steht ne fordere die stärke raus wenn das licht angeht im krieg blablabla schlagen blinden drauf los blablabla wenn die bedrohungen blablabla falkinen aufhalten wollen blablabla müssen zöten blablabla findet sie unter rache blablabla reiß ihnen die eingeweide heraus schreiß ihnen die eier aus und jetzt wird er eklig oder ach guck mal ich mache gerade wissenschaft hat er mir auch gerade gesagt innovative Methode ja was macht das Feuer aus der Luft innovativ sein vollkrienhüte wieder niederzubrennen bereitzeit angst koordination Feuer soll aufs indirekt wenn du überlebst was wirst du streichen auch tanzen ATH tausens bei mir nicht bei mir dass der Tanz tanzt immer. Neues Solo. Das ist zu müde momentan, anscheinend. Deiner tanzt wie ein Depp. Komm schon, tanzt, tanzt, tanzt. Er tanzt, er tanzt, er tanzt. Ja? Ja, bei mir tanzt er. Der kleine Schwabel tanzt, er tanzt und tanzt und tanzt. Okay. Okay, wo müssen wir hin? Wir laufen. Wir müssen, nein, nein, da hoch. Da rüber. Ja, okay, wir gehen beide den gleichen Weg einfach um den Stein herum. Hey! Wo gehst du hin? Ja, oben rauf. Hey! Was für eine schöne Lansche. Ja, voll. Hey, den schlau ich mir! Oh, verdammt, war falscher Knopf. War wieder falscher Knopf. Habe ich noch falscher Knopf? Ich habe alles verschossen, einfach nebendurch. Alles, was ich kann. Quest, so viele Quests. Guck mal. Nur mit Gewalt geht die Gleichung auf. Okay. Die innovative Methode ist im Paum. Ah, da ist die innovative Methode. Äh, pfff. Kaputt. Gut. Hast du mit ihr da gesprochen? Ah, da muss ich rein. Halt gehen, bitte. Rennt die jetzt? Ja, jetzt rennt die. Musst, äh, musst du nahe hin? Guck mal. Oh, guck mal, da ist ein Webelsturm. Huch. Guck mal, der Webelsturm fliege, schleide dich hoch. Ah, jetzt rennt sie. Ja, das ist witzig. Verpasster Anruf. Ich habe einen verpasster Anruf. Moment. Webelsturm. Ja, schöner verpasster Anruf. Ist gar nichts da. Ab ins Feuer. Wir haben einen Sturm. Oh, verdammt. Der wirft mich fast wieder drüber. Spring gleich wieder rein. Volles Trampoline. Ey, du fällst. Oh, verdammt. Alter, ich habe vor. Ey, guck mal. Alter, guck mal. Spring mal hoch. Ja. Vielleicht siehst du was. Hallo. Der war ja gerade eben auch. I'm falling. Woohoo. Oh, verdammt. 2000 Schaden, ey. Woohoo. Ich muss erst mal ein bisschen warten. Ich habe gar nichts an Schaden bekommen. Ich könnte eigentlich auch die 0 aktivieren bei mir. So, diesen Webelsturm, den kann ich sogar, äh, Geistes, analysieren. Also, scannen. Okay. Oh, ich habe viele Freunde. Wollen wir welche Freunde sein? Guck mal, ich bin hier oben auf dem Dach. Lalalala. Ich kann gerade nicht. Ich habe hier viele beste Freunde. Neue beste Freunde. Ich bin der Herrscher. Ich bin der Herrscher. Gebt mir all euer Geld. Multikill. Oh, jetzt habe ich Schaden bekommen. So, müssen wir hin. Da ist noch was. Ah, das ist ein Körperteil von hier. Hast du mit dir am Anfang geredet? Mein Freund? Ich mache einfach alles, was die Quest mir sagt. Ja, die Einzelteile sammeln. Machst du auch? Hm. Ach, du machst ja die Quest ganz schnell. Hier. Hier liegt ein Stück. Gut, wo ich will das. Lesen wollen. Hier bei mir. Herausforderung nicht bestanden. So, weiter geht's. Ja, ja. Ah, komm, Herausforderung. Leck mich doch. Was muss man denn hier machen? Ach, hier müsste man den einfach killen. Na dann. So. Verwende die Orbit-Elements bei den Hütten der Valkyrias. Komm, wir gehen nach hinten hier. Hier hinten. Oh, was ist das hier? Wo bist denn du? Ach, da. Hey, kleiner Schnucki. Komm mal hierher. Was ist da? Ja, das sind alles erkunden. Wir sind Abenteurer. Nee, du bist Wissenschaftler. Nichts Abenteurer hier. Gar nix. Hier, komm mal hier rüber. Ich bin ein Wissenschaftler. Ich muss sterben gehen. Ich gehe jetzt hier rüber. Die Missionen machen. Guck mal, ich bin der Herrscher dieser Welt. Ich sammle mal. Die Herausforderung beginnt. Verbrenne Kriegstandarte. Will ich doch nicht. Warum soll ich Kriegstandarte verbrennen? Die haben doch auch ein Recht, da zu sein. Oder nicht? Das hat ja bestimmt weh getan. Wem? Den Vogel. Vogel! Da ist noch so eine scheißbehinderte Standarte. So war es noch so eine scheiß Standarte. Komm mal, komm mal, komm mal. Ich hau, brenne alles weg, was mir zwischen die Beine kommt. Äh, zwischen die Finger kommt. Brenne alles weg, was mir zwischen die Beine kommt. Okay. Es ist mir, Mario. Wow, hier gibt es ganz viel zu machen. Ganz viel einzusammeln und ganz viel kaputt zu machen. Nein, darauf habe ich keine Lust. Wo bist denn du jetzt? Überall und Dingswurm. Ja, ich merke es. Ach, die wollen mich angreifen. Ach, schade. Ich kann mich ja unsichtbar machen. Ach, doof, ne? Hey, die haben mich gesehen. Du Spaten. Spaten. Lass mich hier in Ruhe. Hey, Spaten. Ich mach dich kaputt, ey. Ich sag's dir. Ja, aber bist bei mir, bist du ein bisschen bedeutend, mein Freund. Schön. Wenn die, wie heißt es, wenn die Typen lila sind, dann machst du erhöhten Schaden. Dreifach Kill. Früher war nicht alles schlecht. Äh, früher war nicht alles besser. Doch, meine Milch, die war gestern noch gut. Meine Milch, die war besser jetzt und dann gut. Ne. Das ist bei, äh, der Hobbit verarsche. Fast, stopp, stopp. Freundschön, Freundschön, früher war nicht alles gut. Doch, meine Milch, die war gestern noch gut. Ne volle Scheiße, aber voll lustig. Siedler-Entwicklung abgeschlossen. Aber ich bin doch überhaupt kein Siedler. Ich glaub, das war jemand anderes, der da was abgeschlossen hat. Mein Freundschön. Kaputt. Oder? Ich muss doch Standarte zerstören. Ja, ist kaputt. Alter, wirf mich hier nicht so weg, hier. Das kann ich doch nicht sein. Mach kaputt. Ich find keine Standarten mehr. Das find ich scheiße. Wissenschaft ohne Gewalt? Langweilig. Vernisieren, Bromlad, Falten, Manipulisten, Urluft. Schöne, Alter. Der Wind, der Kieken, ne? Aufgabe dringend. Experiment lebenswichtig. Angeheuerte Hilfe. FW, bist du bei der WM? Also keinen Fehlschlag, bitte. Für niemanden. Ich bin für Holland, weil ich dann in Holland Urlaub mache. Gut, Holland ist natürlich, ist einfach geil, weil die geil sind. Weil wenn da, wer heißt es, die gewinnen, dann könnte es sein, dass wir da auch irgendwie davon profitieren. Weil die dann Party machen, weil die Weltmeister gewonnen sind. Herausforderung bestanden. Ich find einfach Holland geil, ehrlich gesagt. Ja, ich find die sind auch richtig stark. Ja, sie sind gut. Aber ich find auch, äh, dass sie sonst eigentlich sehr gut sind. Also ja. Aber diese WM ist, äh, hast du auch mitgekriegt, dass diese WM voll die WM der Underdogs ist. Also sonst nicht so starken Mannschaften. Ja. Zum Beispiel Costa Rica haut Italien weg. Oder Chile haut Spanien weg. Oder Kolumbien wird Gruppenerster. Genauso wie Costa Rica. Das sind Mannschaften, die früher einfach, äh, einfach nur kaputt gespielt wurden. Das ist, das ist aber meistens so an der WM irgendwie, find ich. Das sind, okay, aber die Mannschaften haben einen riesen Druck auf sich. Ja, diese WM, wie heißt es, diese WM ist sogar massenhaft, dieser, dieser etwas. Die letzte WM weiß ich noch, da sind einfach nur die top Favoriten da weitergekommen. Und ich weiß noch, woher die letzte WM da hat, ich weiß es, hat Deutschland so gut, wie heißt es, äh, in der Achtelfinale und Viertelfinale wird immer vier Tore geschossen. Okay. Ich weiß einfach noch, als die Schweiz war einmal sehr stark. Die haben, äh, die haben irgendetwas mit der Zahl vier. Weil das erste Spiel haben die auch vier Tore gemacht. Kann sein, dass die gegen die uns auch vier Tore machen. Einfach, weil sie Bock haben auf vier Tore. Nein, in einer WM oder, WM oder WM war die Schweiz einmal sackstark, also richtig gut. Ich weiß nicht mehr, woher. Der letzte WM hat ja auch, wie heißt es, die Schweiz gegen Spanien gewonnen. Die Schweiz ist eigentlich nicht schlecht, aber, sie haben einfach richtig scheiße gespielt. Weshalb ist der Torwart? Der hat zwar eine Elfmette gehalten, aber, äh, zwei Tore, die man hätte halten müssen, Ja, der Torwart ist ein Elfmeter-Killer. Ja, aber meh. Ja, du. Aber hast du das Tor gesehen, was die Schweiz gemacht hat? Das war ja richtig peinlich. Der gerade schoßt einfach so am Boden lang. Kann sein. Wir haben die zwei Ziele verloren. Ja, das schon. Aber es war richtig ein schwacher Schuss, der nur am Boden nachging, zwischen den Beinen durch, bei den anderen voll noch ins Tor. Also, das war auch peinlich. Oh ja. Wissenschaft ohne Gewalt? Langweilig. So, wir verbrennen ihre Häuser, und so, dann haben sie es im Winter schon warm. Ja, klar. Wenn sie keine Häuser haben, dann sind sie kaputt, dann sind sie tot, dann werden sie sterben. Darum tun sie Wasser an, damit sie es schon warm haben. Dann frieren, frieren, oh, verdammt. Frieren sie nicht an, so an die Beine. Kaputt. Ich muss noch ein bisschen Falkiere töten. Mal Marzong muss ich auch noch töten, ist der in der Höhle? Ich muss noch diesen Akilimi da töten. Tötehüte Akim. Ah, da ist er. Mal Marzong. Glaubens, was habe ich jetzt vorhin gerade gemacht? Ja, den habe ich schon mal gedisst. Kaputt. So, jetzt muss ich hier noch die Züte kaputt hauen. Also, ich habe noch scheiß viel zu tun. Ich auch. Warst du erfolgreich? So, jetzt noch Mal Marzong töten. Lass unsere Feinde vor Furcht erzittern. Ja, den muss ich auch noch. Wo ist denn der? Der ist 300 Meter weg. Erstmal noch prügeln, weil die müssen bei mir noch sterben. Boah, die Sau. Du, was in für ein Zeit? Vom Zeitplan her. Ich würde nur sagen, wir könnten jetzt auch wieder Pause machen. Wir wollen eine Liedung auf. Akkurs an, Moment. Okay, ich habe... Ja, das war absolut monumentisch. Okay. Dann können wir... Dann können wir hier beenden. Für nächste Part. Meine Kurze hat mein eigenes Leben. Oh! Okay, dann werden wir hier und dann sieht man sich im nächsten Part hoffentlich wieder. Wasser, Wasser, Wasser. Und dann sag ich mal Tschüss. Tschüss. Wundervolle Kuchen. What? Nö, hört man nicht. Schade.